Wir sind ein wenig leiser. Wenn wir uns leiser sind, ist das gringewann. Immer ein wenig revider, wenn wir uns so gringewann sind. Das wichtigste ist zum ansprechen mit dem Coronavirus. Was ist los? Jeden Tag bei Hause soll nichts tun. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute in den Kommentar schreiben sollen, was sie machen sollen. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich da sehe. Homeschooling wird jetzt nicht so gut funktionieren. Ich finde es so gut, was wir so machen können. Gefreit mich vorher. Das ist jetzt ein Zeug, weil ich schon vorletzten Tagen hatte einen so dreckigen Meter. Gefreit mich vorher. Hi Vlog! Wie geht's? Ja, eigentlich ganz gut. Die Bedingungen gefallen mir nicht so, weil es ist ziemlich hart. Und es ist nicht unbedingt das, was jeder Skifahrer will. Aber wir machen das Beste draus. Ja, das gefällt mir! Das gefällt mir! Mega tiefe Weibs? Dang! Ha! Nicht gesagt, das ist was. Oh! Oh! Ha! Oh! 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 Ich geh da von like, der ist ja da rein. Was sagst du eigentlich jetzt wirklich mal? Das ist so, weil jetzt ist es wirklich nicht mehr zum Spaß. Ja, wir werden sie im Bunker kaufen. Bunker? Wir können euch da jetzt einblenden, was wir hier haben können. Wir werden euch ein Konto in den Kommentaren anbinden oder so. Wir haben jetzt einfach nur euch eine Karte und wir unten in die Kommentare schreiben. Das können wir gemeinsam einen Corona-Party tun machen. Fix, Bruder. Ich mach dir ein bisschen feiniger. Ich mag jetzt nicht da den Kunden haben, oder? Für den Vlog mach ich alles sein, ey. Oh, sorry. Mach's schon. Jetzt stellen wir kurz mal unsere OG-Vlog rein. Wir haben jetzt mit Felix Bernhardt. Und am ersten Tag sind wir mit dem Lukas Einberger auf dem Auto. Daher gefahren, der erste Vlog. Also, bitte schaut sich mal jetzt mal kurz nach Blaschen. Lukas Einberger. Let's go! Crater, Crater Sunsleigh. Crater Sunsleigh. Also nochmal von vorne. Crater, Crater Sunsleigh. Oder? Danke für die 200 Abonnenten. Wuhuuu! Wahnsinn! Wahnsinn! Danke nochmal! Wahnsinn! Ich kann dich oben dran lassen, weil das war traurig für uns. Hey, ich wünsche euch nichts. Heute Easylein. Ja, ähm... Wie schaffst du mal? Ja, ähm, ja. Ich hoffe, ich schaff's echt mal. Ich schaff nie was. In den Vlogs. Schaut aus, wie wenn ich anfänger bin in den Vlogs. Hey, wollen wir gleich droppen? Das hat mir in den Dappensern auch angefangen, gell? Das ist besser! Das ist Gott sei Dank, sag ich. Ich soe Slash heute. Wie hast du überhaupt den Vlogs gemacht? Ja, das ist gut. Ein schneller! Ich muss aufpassen, ja. Ja! Uh! Uh! Das war ja grandios! Komm! Ja, das war wirklich grandios. Das ist das lange, wenn man etwas öfters macht. Zum ersten Mal sechst, wir bete eigentlich wirklich schiefer, oder nicht? Was sollst du sagen? Ein G-Move. Okay. Oh! Oh! Super! Super! Weh, du fährst doch nicht drüber! Haha! Oh nein! Oh nein! Superbäder! 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 12! 12! Bravo! Oh, das war ein guter Übergang. Er ist vorn. Ich bin jetzt zu kurz. Einen Flugzeug. Oh nein! Woah! 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 Komm! Schnell mal rein, den uns braucht man ein Ring. Das sind immer viel zu deep Themen bei uns im Vlog, oder? Du musst dir gut überlegen, was du brauchst. Okay! Die Idee! Ich höre, was ich im Hintergrund habe, das ist immer recht geil. Das soll da sein, gell? Super, David! Willst du sagen? Ja. Super! Jeder kann sich an die Tür erinnern. Felix hat mir einen Kommentar gelassen. Stuhlücken! Mann! Bitte einen Daumen hoch für Florian Hupen, er ist zu warm. Spread some love for him. Spread love number one! Ja, aber er ist zu warm.